. 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 , . Also er ist die Frau bei euch im Zimmer. Scheiße, sind wir uns doch verraten. Na ja, was soll's, jetzt ist es raus. Morgen machen wir erst den Gardasee, dann Venedig und zum Schluss sagen wir mal Ritz. Das ist der Schneepegel für den Lauf. Der Schneepegel für den Lauf, genau. Der Trainer hat es gesagt und dann stimmt es auch. Also kurzer Kommentar zu dem Film. Wir wollen jetzt nachher mal das erste Mal in Trainingslachhaus Joggen anfangen. Und sich jetzt einfach mal am Bahnhof aus. Und guck uns mal die sehr schöne Gegend an. Sehr schöne Gegend ist ja eigentlich schon untertrieben. Das ist einfach schlicht und einfach ein Haufen Gegend. Dahinten bin ich heute bisschen laufen gegangen. Ganz Alenz. Und du hast einen Haufen Gegend gesehen, oder? Ja. Dabei. Das ist ein Haufen Gegend. Bis zur Bundeswehr kommt. Was ist denn das für ein Flüssler? Ist das denn mehr? Die Gleis. Die Gleis. Gut. Guck mal noch. Gelbe Telefonzellen gibt es auch noch. Das sieht man auch nicht schmerzen. In D-Mark und Euro. In D-Mark und Euro kann man noch telefonieren. Wahnsinn. Gut. Da hast du schon den Euro haben. Da ist der Alpenhof. Okay. Wir haben unseren Reiseführer auch einen Einheimischen gehabt. Der hat sich jetzt leider verabschiedet. Da vorne geht es übrigens dann zur Läufe. Ja. Das ist besser. Gut. Gut, dass wir das auch wissen. Und da, guck mal. Eine wunderschöne Kawelle. Aber wir haben gerade Pause. Ich höre gar keine Musik. Wir haben den Stanz an. Mittenweißplätze, 2,5 Kilometer für heute. Ah ja, genau. Die Bücherei ist im Feuerwehrhaus. Wenn Sie mal grünnen. Also wenn Sie mal grünnen. Dann fang ich nicht mal die Wäcke. Das grünnen wahrscheinlich. So schnell ist es gelöscht. Die Bücherei. Ja. Ja. Das andere Dach war einen halben Meter Schnee drauf. Da liegt doch mal hinterher. Und umgekehrt, guck, eingelassenen Solaranlauf. Also hat doch eh jemand ein blödes Bruch auf Lacher, sonst schalte ich aus. Schalt bitte sofort aus. Zu Befehl. Mein Kapellmeister, das wird Ihnen aber nichts sagen, der German Hoffmann, der hat bei ihm studiert. Mit dem habe ich. German Hoffmann, der ist vor zwei Jahren gestorben, vor knapp zwei Jahren. Warum bist du auch Musiker? Ich bin auch Musiker, ja. Beim German Hoffmann haben wir mal ein paar Jahre mitspielt. Von 96 bis zu seinem Ende. Was hast du gelassen? Ich, äh, Posaunen. Und Han. Wer ist noch? Ich bin auch aktiv, ja. Ach so, ja. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt zwei Floßfahrten noch. Oh, cool. Floßfahrten mache ich immer. Cool. Das war für euch auch. Kann man sich da noch anmelden, wenn ihr mal? Jetzt. Ja, gleich unterscheiden. Floßfahrten. Sonst geht es hier nicht mehr weg. Ja, da nimmst du den Instrument mit und schon geht es los. Ich bin mal zum Joggen, mein Posaunen mit und drüben. Trüben, 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 wenn die Schüsse kommen, ne? Machen wir es dann. Ja, sie zahlen Schiessen über uns. Ja, tausend wird geschossen über mich. Ja, Zufall. Ihr kennt kein so Foto, ja. Ist ja logisch, wenn er von dem Papi ist. Du gedö, du gedö, du gedö, du gedö. Und plötzlich, da steh'r der, der Frank. Vorfängel. Langsam rüber, Schitz. Ja. 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 Jetzt bitte die Foto. Dann guck einmal da drüben. Der Film da haben wir da drüben. Oh, guck mal dafür. Seid mir blöd. Ich muss ja gar nicht zum Fenster raus halten, die Kamera. Nein, nein, die hat ja nicht mehr so drauf. Ich kann ja mitmachen. Ich finde, wir haben eine Fahrt der Zug. Das ist ja schön. Ich würde jetzt warten, als ob ich über die Kamera nicht so geändert habe. Ja. Ah, da bin ich aus. Ja. Attention, attention, please. Now we are stopped in Mittenwald. Thank you for traveling. Das ist ja schön, weil ich lege nicht mit meinem Aufmerksamkeit habe. Ich darf nur auf den Kopf stellen. Ich darf ja nicht zu sehen. Entschuldigen Sie die Nachdenken.